So, wieder willkommen zurück hier. Ja, und wer, was machen wir jetzt? Hast du jetzt mir das Holz gegeben? Nee, gib mir das Holz. Doch! Nee! Hier. Da. Liegt's. Da am Tisch liegt's. Da. Ja, okay. 30 Holz brauch ich zwar nicht so viel, aber okay. Ähm, hierhin. Wer, also wer, wer möchte von uns beiden Sand holen? Viel Glas. Wir brauchen schon sehr viel Glas. Ja, das ist mir klar. Ich weiß nicht, Sand abbauen. Kein Plan. Ich mache uns erstmal Ausrüstung. Ich habe nur, ja, ich bin ja, ich brauche sehr viel. Was braucht man denn alles viel? Bestimmt, äh, Spitzhacken bei dir bestimmt. Ein paar Spitzhacken brauchst du und ich brauche sehr viel. Bisschen schaufeln. Eisenschaufel, hast du Eisen? Ja, ich mach mal Eisen. Dann mach dir gleich mal eine Eisenschaufel. Ich mach das alles. Und du holst dir das denn ab? Hier hinten in der Kiste. Ja, okay. Hier drin pack ich die Werkzeug. Du kannst ja schon mal graben. Ich könnte das weiter ausbauen, diese schwule Kiste. Äh, dieses schwule Teil. Ja, kannst du auch machen. Sticks müsste ich genug haben. So, ich mach am besten drei Spitz. Ey, kannst du mir mal hier runterschmeißen, äh, meine Schaufel? Einen Moment. Das sieht schon geil aus hier, so, wenn man hier draufsteht. Und da ist was, was schwebt. Wie geil. Da müssen wir hinziehen. Haha. Ist schon geil da oben. Mhm. Also, ich hab zwei Spitzhacken und zwei Schaufeln erstmal aus Eisen gemacht. Ja, dann gib mal mal eine Schaufel. Ist egal, welche Schaufel es ist. Stein oder was auch immer. Ich bin hier unten. Äh, kannst du das auch wiederfinden. Ist es drinnen? Nein. Jetzt. Ja, jetzt hab ich's. Ähm. Einen Spitzhacker geb ich dir auch gleich. Ja, warte mal. Warte. Ja. Ja. Ähm. Wo hast du es denn hingeschmissen? Ah, aber es ist es. Da ist es. Ich hab's eingesammelt. Du Sack, geh weg. Ja, los. Ich geh hier oben. Ich schmeiß es dir jetzt hier in den Dorf. Ja, mach. Ich hab's. Verwilger mit, verwilger mit. Aber ich hab's nicht hier drinne. Sorry. Ein Gefangener. Oh, Mann. Mach mich nicht tot. Ja, hol den Schwein. Hey. Oh, ich dachte, ich sammle mein ganzes Equipment hier rein. Ich erweitere dir mal die Höhle. Und jetzt gib mir mal ein paar Sachen. Ich hab dir doch alles runtergeschmissen. Ach so, gut. So, dann. Ähm. Wieso nehme ich eine Stein-Pick-Ax, wenn ich eine Iron-Pick-Ax hab? Kann mir das jemand sagen? Stein wird die erste verbrauchen. Ja, das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Erstmal wird's dunkel. Ich erweitere mal die, diese schwule kleine Höhle hier unten. Ich geh jetzt erstmal Sand fahren. Also sehr viel Sand brauchen wir, wenn wir Glas haben. Du Sandfarmer. Ja. Sock so weiter? Hast du nur USB-Stick? Ja, dann kann ich dir das doch geben, das Spiel. Ja, das ist voll geil, zum Bauern. Mach's bestimmt. Da muss man strategisch nachdenken. Oh, haha. Gronkh, ey, der klingt so cool an mit seinem Mikro. Der hat so ein großes Mikro, sagt der, weil der kommt da nicht mal, kann nicht mal seine Tastatur sehen, so groß ist es. Oh ne, hast du ein paar Fucken. Nö. Doch, hab doch. Geiler, geht ja. Ich komm hier jetzt erstmal nicht raus. Mh. Egal, ich erweitere mal die Kackhöhle, aber die sieht so geil aus, man. Da müssen wir auf jeden Fall Dings rummachen. Ja, oben auf Verdecke machen wir Glas, würde ich sagen. Wie gesagt. Ich mach gleich mal einen Holzboden. Wir sind echt, ich liebe Holz hier in Minecraft. Sieht so geil aus, und mit Texture Pack sieht es ja noch geiler aus. Ich weiß. Hast du ein gutes Texture Pack gemacht? Ja, das ist ziemlich geil. Ich hab meins auch mal erstellt, aber das sah so künstlich aus, aber richtig. Und so viel zu bunt sieht es aus. Sah es aus. Hörer. Naja. Es ist grad ein bisschen dunkel, das wollen Leute, wenn ihr es nicht seht, aber... Ich brauch Fackeln. Ja, ich geb dir jetzt weg. Schmeiß es ins Loch, und zwar ins Arschloch. Wie viel brauchst du denn? Ja, ein paar... Gib einfach ein paar. Zehn vielleicht. Ich hab zwei... Neunundvierzig. Ja, dann gib mir... Zehn. Zwanzig. Eins. Zwei. Hier kriegst du gleich welche, so. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Trölf. Trölf. Ich sagte trölf und nicht frölf. So, jetzt seht ihr... Ach, scheiße, jetzt hab ich Steine hingebaut. Scheiße. Jetzt seht ihr es aber wieder... Und jetzt seht ihr gleich wieder nix mehr. Aber... Jetzt seht ihr wieder... Ah, da sind noch Fackeln. Jetzt seht ihr wieder was. Ah ja, und du, ähm... Unbekannte Person, die daneben mir sitzt. Ne? Also... Bekannte Version. Person. Ich bin nicht unbekannt. Nicht du! Mein Freund, der grad da... Glotzt. Du findest... Ja, du findest da... Das... Du findest das Video in YouTube. Genau. Unter dem Namen Let's Play Together Minecraft, ne? Welcher Part ist das? Weiß ich nicht. Ne, so weit sind wir noch nicht. Es wär auch mal Zeit... Oh, Kohle! Ja, sammel eins. Yeah. Kohle brauchen wir immer. Genau, dann macht... Daraus macht man immer ne Mine. Wo Kohle ist. Mhm. Also das... Ich mach das jetzt... Oh, ich hab nen Dungeon gefunden! Oh, geil! Hast du Monster ein? Nein. Ein Dungeon unter Wasser. Scheiße, Mann. Was für ein Arschloch, Alter. Was? Hier ist auch Wasser. Oh, nein! Mein Wasser kommt. Geht doch. Ein Dungeon. Und hier kommt das... Oh, Eisen! Eisen, Alter, ja. Hast du eigentlich alles aus der Kisten geholt? Oh, ja, Mann. Hier ist ja viel Eisen, Alter. Nein, ich bin ins Wasser gefallen! Hilf mir! Hahaha. Da liegt das Eisen. Eisen? Hilfe! Hilfe! Oh mein Gott, das geht weiter. Wie geht nochmal ein Minecart? Weiß ich nicht. Brauchst du sehr viel Eisen, glaube ich. Ah, ja. Für die Schienen. Nein, nur ein Minecart. Wofür? Ähm, dass ich da in den Fluss reinfahren kann. Komm, wir gehen da zu zweit rein, okay? Weil da kann man so rein. Oh, ich hab Kohle gefunden. Ich hab Angst, da geh ich nicht alleine rein. Ja, er hat auch Angst, wo ich Bilder ihm geschickt hab. Ja. Das ist ein kleiner Schisser. Das ist halt gay, Alter. Tja, ganz normal, ne? Naja. Ja, der Timer ist um. Ja, bis gleich. So, wie viel... Okay, ich hab... Wieder zurück. Ich hab das Gefühl, es läuft jetzt flüssiger. Ich weiß, ich hab auch das mit dem Monster aus. Nö, bei mir leckt's jetzt nicht mehr so toll. Ja, das kommt durch die Monster manchmal. Ich komm mal zu dir runter, mach da mal irgendwas, was? So, oder so, dass ich kein Fallschrank kriege. Dieses Wasser, ich weiß nicht, soll ich stoppen. Hilfe, ich werde weg, blasen. Haha. Mach mal den Fernseh leiser. Das hört man so vor, Leute. Team Deathmatch. Was hab ich jetzt hier in die Höhle reingemacht. Ich brauche Drogen. Nee, denn da, komm mal her, Mann. Ich will hier mal erkunden, diese schwule Höhle. Ja, ich bin hier grad... Mit Monster wär's noch geiler. Ich rutsche grad mal rein. Und ich hab Kohle gefunden. Nö, ja. Äh, äh, was ist das hier für ein Loch? Ui, Eisen. Ja, hast du... Bauabwalter. Ey, du bist hier. Der wie geht's mir hier. Ich hab Kohle gefunden. Ich bin, Walter, Walter bin nicht. Ich hab Kohle gefunden, nur sag. Ja, diese Höhle müssen wir unbedingt ausbauen. Ey, Mann. Ich hab auch sehr viel, äh, äh, wie heißt es jetzt, sehr viel... Sand? Sandgefahren, ja, ich glaub, 2-Stick oder so. Nee, bisschen weniger. Oh, hier kann man, hier kann man irgendwas richtig Geiles irgendwas bauen, irgendwie das... Zum Glück haben wir da angefangen zu bauen, oder? Ja, aber ich weiß auch, wo wir noch was reinbauen können. Also... Ja, was also? Ähm, ja. Ja? Ja, ich meine, dass wir hier jetzt mit einem Glas... das Dach machen müssen, unbedingt, dass wir die richtige Hammer ausbestimmt. Aber ich mach hier das solle Wasser weg. Nee, warte, ich will da noch reinrutschen. Wo reinrutschen? Ja... Dämme! Noch mal das Wasser weg, ich will jetzt hoch, du sag. Du hast gesagt, ich sei da, Adala. Verdammt, das Wasser, ich hasse Wasser. Ich hasse das auch manchmal. Weil die können, ey, das macht nur fucking kaputt. What the hell, wo kommt das Wasser denn her? Kommst du mit in die Höhle? Los! Auf geht's! Ja, ich will nur das Wasser weg. What the hell? Die Höh... Oh, ist das geil, Alter! Ich hab Pilze gefunden! Und Kohle! Du sagst, es ist alles meins, alles meins, alles meins, alles meins, alles meins, alles meins. Kommt ja alles in die, äh, Kiste, ne? Aber nicht gaitig sein und klauen, ne? Nein. Ne, bescheid sagen. Glaub nix. Ja, ja. Ich hab mich jetzt bisher irgendwas geklaut. Ähm, weiß ich schon nicht. Ne, siehst du? Wenn du was geklautzt hättest, hättest du mir das ja auch nicht gesagt, also. Ja, ja, ich bin Admin, also, ich glaube keine Leute, was. Ich glaub, du bist kein Admin. Ne. Was soll man mit den Pilzen anfangen? Weiß ich nicht, kann man Pilze drauf kaufen. Das sind Fliegenpilze, die soll man nicht essen. Ach so, das sind Fliegenpilze? Ich hab gedacht, die machen gar keinen... Mein Freund, mein Freund sagte grad, ich frag, ich sag so, ähm, was soll und was soll man mit den Pilzen machen, sagt mein Freund, essen. Das hab ich gesagt. Nein, er hat's gesagt. Echt, hast du auch gesagt? Ja. Ja, aber er hat's auch gesagt. Pilzsuppe, Kommandant. Pilzsuppe, schmeckt aber eine Scheiße. Ähm, hallo, hast du zugebaut? Ja, da kommt Wasser rein. Oh, nee, warte mal. Ja. Ja. Okay. Okay, ähm, wir müssen Schluss machen jetzt. Bitte, ähm, gute Aufnahme, weil mein Vater ist gekommen und dann muss ich irgendwas machen, ich hab keine Ahnung. Okay? Jawoll. Gut, dann können wir spielen nochmal an, weil ich mach jetzt aus, okay? Dann sehen wir uns, let's play. Ja, bis nächstes Mal, ciao. Ciao.